Nächster Halt, Bensberg. Umsteigemöglichkeit zum Busverkehr. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank. Nächster Halt, im Hoppenkamm. Nächster Halt, Kölner Straße. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 455 und SB40. Nächster Halt, Neuenweg. Umsteigemöglichkeit zur Linie 455. Nächster Halt, Frankenforst. Nächster Halt, Kippelkausen. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 450, 452 und N44. Nächster Halt, Refrat. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 450, 451, 452, N44 und zur Fernbushaltestelle. Nächster Halt, Lustheide. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 450, 451 und N44. Nächster Halt, Brück, Mauspfad. Umsteigemöglichkeit zur Linie 154. Nächster Halt, Fleabachstraße. Nächster Halt, Mehrheim. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 157 und 158. Nächster Halt, Kalkerfriedhof. Nächster Halt, Höhenberg. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 151 und 152. Nächster Halt, Fuldaer Straße. Umsteigemöglichkeit zur Linie 153. Nächster Halt, Kalkerfriedhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 159 und 193. Nächster Halt, Kalkerfriedhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 159 und 193. Nächster Halt, Deutsch-Technische Hochschule, Lenzes Arena. Umsteigemöglichkeit zur Linie 153. Nächster Halt, Bahnhof Deutsch-Messe, Lenzes Arena. Umsteigemöglichkeit zum Fern- und Regionalverkehr. Zu S-Bahn und zu den Linien 3, 4, 150, 153 und 196. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächster Halt, Deutscher Freiheit. Nächster Halt, Heumarkt. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 5, 7 und zum Busverkehr. Vielen Dank.